Let's Play Games ARK! Ich bin ja gerade richtig fett am TAMEN! Halt, er muss ja aber das machen! Das machen! 4 Jetzt! Mach doch! Mann! Jetzt! 4 Dankeschön! So, jetzt ist er weg! Oder kommst du wieder? Wer kommt? Ah! Ich weiß zwar nicht, was der überhaupt frisst... Das ist glaube ich so ein, den kann man auch auf die Schulter setzen, ne? Aber mit so einem Glücksschuss... Hey! Das ist ja lieb! Oh, dich nenne ich Dimi! Except! Ah, Carry on Shoulder! Warte, dann machen wir erstmal so... Erstmal schön leveln... Noch, kann aber auch nicht leveln... Bis nur level 1... Das ist ja lieb! Ehh! Hahahaha! Schaut euch den Scheiß an! Jetzt habe ich einen eigenen Flugi auf meiner Schulter sitzen! Na kleiner Flugi, der auf meiner Schulter sitzen darf? Das ist ja lieb! Ah ja! Jetzt machen wir das noch eben so... Ja! Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen und zwar... Ich habe jetzt meinen eigenen Raptor... Mein Stechi... Ja, den kennt er ja schon... Den kennt er auch schon... Und ich habe noch einen neuen Flugi... Und hier jetzt gerade den Dimi! Warte mal Dimi, die schmeißen wir doch auch hier hin, oder? So! Hm? 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 Okay... Ne, das wollte ich jetzt euch nicht... Eh, und wie kriege ich den wieder los? Wie kriege ich den wieder los? Ja, ich sage ja auch jetzt erstmal... Erstmal egal... So! Aber ich wollte ja... Halt, machen wir es so... Ach, hier ist übrigens mein neuer Flugi... Hier... Steckt hier schön in der Wand... So wie es... So wie sie es gehört... Äh... Jetzt gucken wir mal... Ach, siehst du mal... Metal Ingot! Muss ich ja mal mitnehmen... Ach, Fleisch habe ich gefarmt... Das habe ich ja in der letzten Folge gemacht... So... Alles gut... Put out the fire... Und hier hat man sicher auch noch ein bisschen Metal Ingotts... Yes! Close... Close... Put out the fire... Access... Ta-ta... Und das nochmal hier rein... Wie viel haben wir jetzt? 79... Plus nochmal 100... Wahrscheinlich war... Ach, Flackhelm habe ich sogar noch ein... Flackhelm kann ich ja mal... Platt machen... Hunter Head... Ah... Der hat auf jeden Fall Schettin... Schettin Armor... Ach, guck mal... Ganze Scheiße... Schon kaputt... Geport... Küste habe ich noch einen Perlen... Habe ich ja auch ein paar geholt... Aber ich glaube... Perlen habe ich nicht so viel... 13... Ne... Ne... Crystal... Habe ich noch ein bisschen... Semantic Paste... Habe ich auch noch ein bisschen... Metal Ingotts... Mache ich das mal oben... Mache ich den Rest mal oben rein... Weil ich will mir ja... Auf jeden Fall noch ne Dings Basteln... Noch ne... Ne Rüstung... Ach halt... Und bevor wir hier alle Leute verrecken... Gibt's auf jeden Fall mal... Gute Schnabulierung... Weil das Ding bin ich eigentlich letztes Mal weggegangen... Wollt ja nicht gleich 20 Tiere... Tamen... Und ich habe ja auch gesagt, dass hier die... Fleischkiste ist... Schleifkiste... Refrigerator... Könnt ihr ja mal bei uns... So einen Kühlschrank oder so... Das war echt cool... Soll ich mal gucken... Was so ein Refrigerator kostet... Wahrscheinlich zu Unsummen von Metall... So... 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 Nein... Das nicht... Spalmeet und Narko Beriz... Geht's... Inventory... Kannst gerne bis auf Spalmeet haben... Auch Narko Beriz... Machen wir aber auch gleich hier rein... Schittinse... Und Keratinse... Machen wir auch gleich hier rein... Hiede... Hiede... Gut... Gehen wir lieber noch hoch... Nicht, dass wir da oben noch richtig was brauchen... So... Weil hier kann man doch die Knarre bauen... Den Sniper Gedöns... Ein bisschen Flint... Ein bisschen Heid... Ein bisschen Wood... Ein bisschen Fiber... Ein bisschen Oil... Brauchen wir nicht... Fetch... Ich hätte auch gleich sagen können... So... Das ist Inventory... Weapons... Firearms... Ah... Guck mal... Lung Rifle... Metal Ingard... Wood... Und Hyde... Was kann ich zu euch klammern... Craften... Dann rüste ich mich einfach mal so aus... Wie es jetzt gerade... Wie es mal war... Inventory... Oil... Of Olaf... Hier reinmachen... Gasolin... Haben wir noch 60... Aber da können wir echt mal schauen... Ob es nicht noch so ein Dings reicht... So ein... Langleck Rifle... Schön... Jetzt was brauchen wir denn für die Ammo... Ammo... Weapons... Ammo... Simple Rifle Ammo... Metal Ingard 2... Oh... Toll... Kannst du nicht lesen... Aber... Kann ich sagen... Sechs Stück... Äh... Komm... Äh... Komm... Scope... Metal Ingard 40... Crystal 20... Und... Stone 5... F... Alles... Kriegen wir noch mal hin, oder? Gut... Jetzt müssen wir es eben schauen... Wie ich meinen... Fliegenden Begleiter hier wieder... Weckkriege... E... F... Aua... 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 Wünsch... Oh cool... Dino Glasses... Die kann man... Auf a saddle... Make your mount look... Das kann man auf jeden Fall mal herkohlen... Spalmed kann man auch mal mitnehmen... Charcoal... Kann man auch mal mitnehmen... Aber... Wenn wir schon gerade Regen haben... Fürs Inventail... Siehst du mal... Wollen wir hier mal... Gitter durch 2... Neun... Rein... Und... Light Fire... So... Und hier... Dasselbe in grün... Real Light My Fire... Ach... Auch schön... So... Ich muss nachher echt in Erfahrung bringen... Wie ich das... Hier... Wieder... Ne... Bist du Bescheid... Access Inventory... Ja... Ihr habt eigentlich noch genug... Viel zu viel... Eigentlich... Ihr... Elendenschmerotter... So... Machen wir das auch noch da rein... Stones... Stones... Könnt ihr noch ein bisschen mitnehmen... Ein... Kleiner bisschen... Shit... 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 Pulver... Ganz sonst mehr... Okay... Das ist Inventory... Flint... Flint... Höre ich noch ein bisschen... Ach halt... Ich will ja hier hoch... Nein... So... 100... Und 5... Cementing Paste... Kann ich mal machen... Ach... Stone... Nein... Nice... Gunpowder... Hätte ich jetzt schon mal wieder ein bisschen da... Und... Bam... Close... Das ist ja mal hier... Äh... Cementing Paste... Ist auch nicht schlecht... Kann man mitnehmen... Und hier müssten die... Genau... Die ganzen Narcotics drüber... So... Da ist ja gar nicht so schlecht hier... Access Inventory... Cementing Paste... Gunpowder... Gunpowder... Narcotics... So... Weapons... Ammo... Metal Ingot... Simple Rifle Ammo... One... Ah... Den muss ich dann hier rein tun... Da könnte ich jetzt... Sechs solche... Narkotik Pfeile machen... Was fehlt... Simple Rifle Ammo... Metal Ingot... Und dann nochmal 14... Und dann nochmal 14... So... Closed... Zehn Schuss... Normal... Jetzt gehen wir nochmal hier runter... Und holen sie noch ein Mittel Metal Ingot... Das wird jetzt hier so ein bisschen so eine... Ja... Sagen wir mal... Probefolge... Also einfach... Bauen, was ich eigentlich schon hatte... Drei... Drei... Zweiunddreißig... Sind 16... Gut... Ach halt... Hier könnte ich eigentlich schon... Access Inventory... Äh... Armor... Metal... Reicht ja von allem genug... Okay... So... Craft Item... 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 Und... Craft Item... Craft Item... Gut... Machen wir gleich von jedem 2... So ist recht... Straight Electrical... Habe ich halt schon jede Menge genug... Macht Sinn... Macht Sinn... Macht Sinn... Macht Sinn... Guck... Guck... Wo steht denn das... Was er grad macht... Advanced Bulle... Advanced Bulle... Okay... War es das schon oder was... Gut... Tuna... Armor... Metal... Und... Black Leggings... Bam... Warum auch immer wir jetzt hier wieder so längs gezogen aussehen... Ich bin halt ein riesen Kerl... Tarki... Level 88... Schön... Also gut... Und wie mache ich jetzt diesen blöden Hammstoff in meinem... Das ist hättest... wars... Du Lassest... Es ist ein bisschen zu langs... Wollas... Du Lassest... Ja... An unos... Was hab ich noch nicht nur hier... 으로... Guck dir... er müsste mir jetzt folgen folgen wo sind jetzt macht da bist du macht er fliegt zu fenstern rein und war ist das ja süß Tee Whistle Stop One Set Genau, so ist brav Ja, du bist ein feiner! Ja, du bist ja ein ganz ein feiner! Ja, 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 fein! Ach, warte, das machen wir nochmal zu Ne, das will ich ja, das ist schön Das ist so cool Gut! Ach ja, oben wartet mal eine Waffe auf mich Ich kann ein bisschen Munition basteln Oh Dann haben wir ja ganz schlecht, wie ich hier durchrenne, aber langsam, okay, das ist echt auswendig So, und übrigens, danach gibt's hier, ähm, ne Weapon Weapon Ammo Simple Rifle Ammo Craft 16 Bam! Craft 8 So, schön Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, und die Team Boots kommt da rein Jetzt machen wir das alles noch eben Heile Wir wissen ja nicht Wir gönnen uns ja sonst nichts So, 8 Tranquilizer Darts und Simple Rifle Ammo So, Attachment Nochmal Metal In God 45 Crystal 20 Und Stone 5 So, boah, das ist ja schön Das ist ja geil aus Aber egal Ja, kurzem Holmen wir uns eben Nein Crystal 28 Metal In God 40 Ist alles weg? Nee, hier An 40 Läuft Und was war's? Ach jee Ach, Stone 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 Und Stone hab ich da draußen Hier hat ich glaube ich Stone, ne? Ähm Nein? Stone 88 Und Stone 8 Nein Hör da auf Ach, da könnte ich gerade noch ein bisschen Semendingfest basteln Nee, aber ich muss noch ein paar Paar Sattelball Ihr Schweine Ach halt Put out the fire Access Inventory Kön ich nämlich gleich mal hier Zu mir nehmen Essen ist immer gut Put out the fire Access Inventory So Access Inventory Stones Metal Ingot Crystals Dann machen wir nämlich noch Weapons Attachment Scope Craft Item So Bam Bam So Ich nehm sie null Nein Fünf Geil Mit Zielfernroh Das war Leider Die Geil Das war Tum 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 Hat es da gerade eben hingebeamt? Hab ich das gerade richtig gesehen, dass es da hier runter blubb? Mir ist kalt. Oh, Sternhaufen. Naja, also ich muss jetzt sagen, sorry, mein Lieben, Leute, hier Stechi, Cheetah, Ratsch, Raptor, Wil Wheaton, dann Little Me und Sheldon and Amy, Bernadette und Penny und hier unten sind natürlich noch mehr. Ja, hier gibt es Flugii 3 und Dr. Zhivago, Propeller und Glytee. Trotzdem muss ich sagen, Leute, das Spiel ist richtig geil. Es sieht richtig gut aus und macht auch richtig Laune. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt noch das Glück hätte, dass jetzt sofort der Dodoraptor erscheint. Aber ich sage trotzdem Bye-Bye und Dankeschön und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Let's Play Ark mit mir, dem Darkie, dem Priest, dem Darkie Priest. Und man sieht, ich bin schon wieder fast auf der Höhe. Hab fast alles wieder, was ich verloren habe. Gutes andere Gewehr brauche ich nicht wirklich und dieses Gewehr eigentlich ja auch nicht. Aber ich mache mir noch ein zweites und man sieht sich dann das nächste Mal. Also bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Tschüss. Euer Darkie. hör- 2 3 Wir haben affirm